Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Let's Play Assetto Corsa hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind heute wieder zurück mit einem neuen Wagen des Porsche Packs Nr. 2. Und zwar seht ihr da schon das Cockpit und den Wagen, nämlich dem Porsche 911 GT1 98. Das ist der LeMondwagen aus dem Jahre 1998. So sieht der aus. Und wir fahren heute mit diesem Wagen 5 Runden auf Spar. Ein Rennen. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich fahr'n der Ferrari mit, der McLaren fährt auch mit, der Porsche, also unserer Porsche. Oh, die brennen hier übel. Der Schaden ist auch voll, Leute. Aber das wird witzig. Ja, Leute. Hören wir uns mal den Zorn an. Nicht groß. Also das ist jetzt wie gesagt nicht das große Highlight. Aber ich finde es einfach mega... Ich finde den Wagen von innen sieht der ganz geil aus. Und jetzt weiter. Also hinter dem, der da vorne übelts schnell ist. Ich glaube, der kommt hier irgendwie rum. Boah. Der Wagen geht da. Kann man wirklich schon fast sagen. Das Problem ist, der Wagen hat übelts viel großer Steuern. Das heißt, man muss überall gegenlenken. Ich will das zum größten Teil. Und irgendwann wird das anstrengend. Dieses Gegenlenken. Aber ich finde es macht Spaß, den Wagen zu fahren. Sechs Gang Getriebe. 270 kriegt man hier, denke ich, maximal auf der Strecke drauf. Viel schneller dann aber eben auch nicht. Okay, einer ist schon raus. Boah. Jetzt hat man mal stark verbrennt. An welche Zeit ist der gefahren? Ich glaube, wir sollten diesmal auch besser hier bremsen. Obwohl... Ah, der da hinten hinter uns hat jetzt auch nicht so viel gefunden, er muss. Ähm, ja. Also hinter dem, äh... In den Blockade-League-Videos bringe ich ja momentan auch Musik. Das wird auch weiterhin so kommen. Ähm, aber in der Seto Corsa werdet ihr keinen Zürn. Weil das da einfach zu einem, so einem richtigen Rennspiel-Simulationsspiel nicht dazu passt. Äh, deswegen möchte ich bei der Seto Corsa keine Musik hinterlegen. Äh, also Musik hinterschneiden. Warte ich jetzt mal. Bei Rocket League passt das richtig gut dazu, aber eben, äh, bei Dings ist das relativ, sieht das dann, und hört sich das dann ein bisschen komisch an, der Motoren-Sound, und dann dazwischen noch irgendwelche Musik. Das hört sich jetzt nicht so geil an, und dann finde ich auch gar nicht so die gute Idee. Naja, ich spür's, die sind nicht so ganz geil. Das Problem ist, wenn wir mal nach hinten gucken. Boah, jetzt kann man wieder stark mit dem Heck. Wenn wir mal nach hinten gucken, dann, dann... Ich glaube, man muss hier übelst langsam. Boah, Alter. Das ist schon heftig. Boah, der ist schon... Der ist schon nah dran. Boah, Alter, ich bleib inne. Alter, sehr starker Kampf hier. Ich bleib auf jeden Fall inne. Boah, jetzt hab ich richtig Angst. Boah, wir sind nicht so schnell wie er. Geh ich hier kommen. Boah, komm da runter. Boah, jetzt wird's witzig. Und er ist neben uns. Boah. Kommt aber auch übelst schräg. Boah, wir haben ihn aber bisher noch nicht berührt. Boah, wir machen einen Meter. Sehr knappes Duell. Aber mich wundert, dass wir überhaupt auf Platz 3 sind, weil ich fahr auf schwierig. Und schwierig ist in der Zettel Corsa Ultimativien Formel 1. Und der da vorne... Der will uns den Platz nicht geben. Warum auch immer. Oh mein Gott, jetzt haben wir überall Zeit verloren. Boah, wir sind einfach nicht so schnell wie der. Wir fahren Zeiten, die sind unmenschlich. Boah, jetzt kommt der da richtig weit nach hausen. Boah. So, Leute, noch zwei Runden. Ah, den kriegen wir nicht, oder? Kriegen wir den noch irgendwie mit irgendeinem Mittel eingeholt. Oh, jetzt aber, komm. Mit schön viel Power extra mega speed was auch immer. Leute. Kommt. Mit Windschatten. Boah, wir sind wieder dran. Komm, Leute, wir müssen uns den Platz wiederholen. Der kann nicht vor uns sein. Jetzt haben wir ihn berührt. Oh, und jetzt sind wir mal neben ihm. Wir müssen ihn aber natürlich auch Platz lassen. Oh, der hatte die viel bessere Linie. Ich bin ganz schlecht gefahren. Hatte fast gar keinen Speed übrig. Oh mein Gott. Das war auch nochmal total schlecht. Das hat uns jetzt einiges gekostet. So, jetzt aber sind wir es direkt hinter ihm. Und jetzt vielleicht mit Extraspeed, also mit Windschatten. Kriegen wir das dann irgendwie etwas anders bei mir hin. Und jetzt, das wird ein mega knappes Duell, Leute. Und jetzt, das wird ein mega knappes Duell, Leute. Jetzt haben wir uns in den Rhein gebremst. Wir haben aber die Bande berührt. Er hat die bessere Linie. Jetzt wir direkt daneben. Jetzt Urouge. Urouge zu zweit nebeneinander. Wir wechseln die ganze Zeit die Positionen. Wir haben uns den vorderen Platz geholt. Aber rutschen übel jetzt drum. Der Weg zu Urouge. Das war der reinste Wahnsinn. Rechts, links, Zentimeter und Millimeter. Ging jetzt da zur Sache. Jetzt haben wir so viel Speed drauf. Wir driften hier fast. Wir können ja mal ganz kurz. Aber die Reifen sind schön warm. Das ist sehr gut. Wir überrunden da fast einen. Ah ne, das ist der erste. Stimmt, wir sind ja nicht erster. Boah, das ist jetzt schon wieder. Der ist direkt, der krägt uns am Arsch. Und jetzt wird das wieder so knapp. Er war halt ne Konus-Simulationen-Lackierung. Kommt Leute, wir müssen das jetzt irgendwie vorsichtig nach Hause bringen. Also an sich finde ich das mega geil ist für den Wagen. Ja, man kann einfach nur sagen, auch 1 zu 1 wirklich in dem Spiel wiedergegeben haben. Der Lemo-Wagen aus 1998. Und der Wagen an sich gefällt mir eigentlich sehr. Die Fahrweise ist jetzt nicht jedermanns Sache. Boah, der wird dann nochmal vorbei. Aber ne. Das ist unsere Position. Das ist unsere Position. Das ist unsere Position, Leute. Ja, das sollte es gewesen sein mit der Folge Aceto Corsa. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Ansonsten würde ich sagen, kriegt ihr jetzt noch den Rest der Wiederholung. Und ansonsten würde ich sagen, danke schon. Bis zum nächsten Mal. Zu einer weiteren Folge. Aceto Corsa. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017